Ich bin Jazzy und ihr schaut Stich.TV mit 90 Sekunden. Online oder offline mit Freunden? Offline. High Heels oder Sneakers? Sneaker. Dein Lieblingsessen? Äh, Pasta. Was dürfen deine Eltern nicht über dich wissen? Weil ich mein erstes Tattoo bekommen habe. Morgens im Bad brauche ich... Eine Weile. Würdest du eher auf Sex oder auf Musik verzichten? Keine Ahnung. Facebook oder Instagram? Instagram. Lieber für immer taub oder stumm? Boah, taub. Bei welcher Fernsehsendung schaltest du sofort weg? Der Bachelor. Ein Wort, mit dem deine Freunde dich beschreiben würden? Bescheuert? Bist du eher Tag- oder Nachtmensch? Nacht. Welchen Drink bestellst du dir, wenn du feiern willst? Mh, Mojito. Wessen Gedanken würdest du gerne hören können? Gar keine am liebsten. Mit wem würdest du dich niemals betrinken wollen? Niemals betrinken wollen? Oh Gott, ähm, die Taboulen? Welches Getränk bestellst du dir immer zum Essen? Äh, Wasser. Wie meldest du dich am Telefon? Taschen. Würdest du lieber wissen, wann oder wo du stirbst? Wieder noch. Nenne eine andere Leidenschaft neben Tattoos. Musik. Musik. Was hast du als letztes geklaut? Geklaut? Buntstifte? Lieber große oder kleine Brüste? Kleine. Deine Lieblings-App? Äh, Instagram. Das Schlimmste, was zurzeit im TV läuft? Der Bachelor. Geklaut. Tschüss. Musik. Musik. Bis zum nächsten Mal.